Hahahaha Aber wie ist es bei dir mit den grünen Filmen geworden? Wie legen die Vorschläge rein oder nicht? Weil Kino meint so irgendwie bei ihm? Ja bisher habe ich dann... Also ich... Du aber ich glaube... Bei den UAK habe ich welche platziert... Weißt du, das ist so eine große Rolle? Ja, wenn mehr Licht durch scheint... Aber ich fand den halt irgendwie cool aus. Ja, die fallen nicht so gleich aus, ne? Ja. Selbst wenn wir auf den Blättern liegen... Also die UAK habe ich ja auch mitgebracht von der Börse. Ja. Hey Kino, das fällt gleich nach hinten. Guck mal. Ja, das stimmt nicht. Vielleicht zwei Minuten. Da hab ich ja auch bestimmt einer mehr drin. Ich fand auch die, ähm... Von hier, der... Mach-Hein-Fans, der... Mit dem Namari. Genau. Wir haben aber Züten und Thilo schon drüber gesprochen. Der hat die immer noch in der Box drin. Ja, und jetzt gucke ich in den Wasserteil und dann... Hey, was kappelt denn da? Quatte. Cool. Und die haben wir jetzt hier im Wasserteil schon...